Und da sind wir wieder, hier ist der 563. Nachzug nach Hamburg, der Podcast von Raiko Schmidt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid am Herrentag. Meine Stimme, die ist ein bisschen lädiert, warum erfahrt ihr gleich. Herrentag steht bei mir immer im Zeichen des Fußballs. Ich fahre eigentlich sonst zum Herrentag immer nach Berlin, um mit ein paar Freunden Fußball zu spielen und die Nachzug nach Hamburg-Hörer, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, die wissen das sicher noch und erinnern sich vielleicht noch an letztes Jahr, wo es uns dermaßen durchgeweicht hat. Im Internet ist da auch ein Bild von mir mit dieser Fußballerausrüstung. Muss man natürlich eine ganze Ecke zurückblättern, 365 Tage circa. Da bin ich abgebildet. Es war auf jeden Fall dieses Jahr ein bisschen anders, denn ich war nicht in Berlin, sondern meine Berliner Freunde waren in Hamburg und die spielen, ein paar zumindest von ihnen, bei Hundelunge Kreuzberg. Eine Mannschaft, die man sich merken sollte und die sind in Hamburg angetreten gegen die Sportvereine bzw. Fußballmannschaften von Lufthansa, von Universal, von Contour, von diesem Musiklabel. Lauter bekannte Namen, welchen Platz wir gemacht haben, sage ich jetzt mal lieber nicht, sonst ist es vielleicht doch ein bisschen zu peinlich. Nein, ist es nicht. Es geht vor allen Dingen um den Sport und wenn sich ein paar Leute aus Berlin am Herrentag in den Zug setzen, um in Hamburg Fußball zu spielen, dann kann das ja nicht allzu schlecht sein. In der Mannschaft spielen übrigens zwei Musiker, die am kommenden Samstag auch in Hamburg, wieder in Hamburg sind, auf der Bühne stehen, im Hühnerposten, sagt euch Lexi und Kay Paul was. Ich glaube schon, dass es euch was sagt. Die werden ja bei MTV und Viva rauf und runter gespielt. Nächsten Samstag wird es dann also auch ein Interview mit den beiden geben. Aber das ist gar nicht mein Thema heute. Auf jeden Fall Fußball und danach natürlich jede Menge Bier und Wodka Red Bull, Jägermeister, gehört einfach zum Herrentag dazu. Ich bin zwar gegen Drogen, aber einmal ein gepflegtes Betrinken, das muss schon drin sein, wobei wir haben uns nicht mal betrunken. Denn heute Abend um 19 Uhr sollten die Pet Shop Boys nach Hamburg kommen. Ich als Pet Shop Boys Fan, der letztes Jahr ja auch schon in Ludwigs Lust bei Pet Shop Boys war, habe mir natürlich auch diesmal eine Karte gekauft, war mit zwei Freunden gerade, sind jetzt hier wieder eingetroffen von dort kommend. Es ist verschoben worden, das Konzert, allerdings Gott sei Dank nur von 19 auf 20 Uhr. Kurz nach 8 war es dann soweit, Leute, ich sage nur eins, ein hammer geiles Konzert. Hamburg hatte ja heute schönes Wetter, laut Wetterbericht, eine der wenigen Städte, gut der Norden natürlich generell, aber Hamburg ist eine große Stadt. Das Wetter soll im Land nicht so gut gewesen sein, in Hamburg war es fantastisch. Gut, es ging ein bisschen Wind, aber das sind wir hier gewohnt, aber wir hatten sehr viel Sonne. Und dann dieses Setting, man steht im Stadtpark, vor der Stadtparkbühne. Die Pet Shop Boys kommen raus mit einer sehr, sehr eleganten, schönen, genialen Show. Viele singen mit, die Colorline Arena hätte ich fast gesagt, nein, die Fläche im Stadtpark. Der Veranstaltungsort war ausverkauft, hieß es, aber es sah so aus, als hätten da vielleicht noch 200 Leute mehr hingepasst. Aber es war eine grandiose Stimmung und es ist einfach, ich denke, so ein Konzert ist ja immer eine hochemotionale Sache. Bei manchen Liedern, da tanzt man einfach nur mit, weil man sie toll findet, weil sie gut klingen. Bei manchen Liedern, wo man auch den Text ein bisschen besser versteht, dann wird es auch so manchmal so ein bisschen emotional. Und gerade bei Go West, da waren wir uns echt einig, wir haben kurz danach noch drüber gesprochen, dass es ein Glücksfall ist, in der westlichen Welt aufzuwachsen. Das muss man echt mal feststellen. Und in einer Stadt wie Hamburg zu leben, das kommt natürlich noch dazu. Das Hamburger Publikum war grandios und den Pet Shop Boys selbst hat es auch gefallen. Man spürt das ja, wenn die Künstler dann ein bisschen mehr aus sich rausgehen. Ich habe ja nun schon die Pet Shop Boys live gesehen, aber so, wie es heute dann auch von der Bühne wieder zurückkam, es war der Oberkracher. Die Show, die Chainser, die Backgroundsängerinnen und Sänger, alles in allem rundherum gelungen. Alte Lieder, neue Lieder in einem sehr, sehr guten Mix. Fantastisch, das war es für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich kann euch nur empfehlen, wenn die Pet Shop Boys zu euch in die Stadt kommen, dann es lohnt sich wirklich, sich das mal anzuschauen. Ich danke euch auch für den Speicherplatz auf euren Geräten. Sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Hoffe, dass sich meine Stimme bis morgen wieder einigermaßen erhöht, von vielen Grülen heute auf dem Pet Shop Boys Konzert. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko. Und dann hören wir uns auf jeden Fall.